Das nennt man dann wohl stolzer Preis. 2160 Euro kostet die teuerste Version des Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Dafür bekommt man aber auch einiges geboten. Ein extrem stabiles Gehäuse, ein hochauflösendes Display und eine schnelle CPU. Ob das den hohen Preis rechtfertigt, klären wir in diesem Video. Seinen Namen verdankt das ThinkPad X1 Carbon der Kohlefaser-Konstruktion, die das Gehäuse stabil und trotzdem leicht machen soll. Das Gewicht passt schon mal, das 14 Zoll Notebook wiegt nur 1411 Gramm und schmal ist es auch noch. 15,8 mm an der dünnsten und 18,7 mm an der dicksten Stelle. Trotzdem ist das Gehäuse sehr stabil gebaut, hier hat Lenovo alles richtig gemacht. Schauen wir mal, ob das auch für das Display gilt. Auf Wunsch gibt es das X1 Carbon auch mit Touch-Bildschirmen. Die Besonderheit ist aber die hohe Auflösung. Der 14 Zoll Bildschirm zeigt 2560 x 1440 Bildpunkte. Seine Punktdichte liegt damit bei 221 ppi und das Bild erscheint so scharf wie auf einem Smartphone oder Tablet. Damit Icons und Schriften nicht allzu klein erscheinen, wählt Lenovo im Desktop-Modus eine Skalierung von 200%. Ein guter Kompromiss, die Skalierung lässt sich aber auch manuell anpassen. Der Bildschirm ist angenehm hell, allerdings nicht so hell, dass man ihn auch unter freiem Himmel problemlos ablesen kann. Ebenfalls nicht ganz optimal ist seine spiegelnde Oberfläche. Das gibt leichte Abzüge in der B-Note und bringt dem ThinkPad in dieser Kategorie die Note 2,1. Bei einem High-End-Preis erwartet man natürlich auch High-End-Leistung. In unserem Testmodell waren der Intel Core i5 4300U der neuesten Haswell-Generation und 8 GB RAM verbaut. Auf Wunsch ist das X1 aber auch mit einem Core i7 erhältlich. Beim Rechentempo liegt das X1 damit auf dem Niveau aktueller Ultrabooks. Vor allem bei Office-Tätigkeiten profitiert man von der schnellen Intel-SSD. Die fasst in unserem Testgerät 128 GB. Auf Wunsch gibt es das ThinkPad aber auch mit doppelt so viel Speicherplatz. Das WLAN funkt mit dem aktuellen 11ac-Standard und damit sowohl über die 2,4 als auch über die 5 GHz-Frequenz. Übrigens arbeitet der Lüfter auch unter Last angenehm leise und hält trotzdem die CPU-Temperatur niedrig. Auch das Gehäuse erwärmt sich auf der Unterseite kaum. Bei der Geschwindigkeit gibt es also nichts zu meckern. Das X1 Carbon erarbeitet sich hier die Testnote 1,7. Kommen wir zur Ausstattung. An Schnittstellen bietet das ThinkPad zwei USB 3.0-Buchsen, einen LAN-Port, einen HDMI-Anschluss sowie einen Mini-Display-Port. Außerdem unterstützt das Notebook NFC und kann dank LTE-Modem auch mobil im Internet surfen. Ein Fingerprint-Sensor darf in einem Business-Notebook natürlich auch nicht fehlen. Insgesamt eine ordentliche Leistung, die wir mit 2,5 benoten. Weiter geht's mit der Tastatur. Gerade in dieser Kategorie haben Thinkpads einen sehr guten Ruf und auch die Tastatur im X1 überzeugt. Sie ist stabil und leise. Die Tasten sind unten abgerundet und bieten eine große Trefferfläche. Tippfehler kommen dadurch selten vor. Der Tastenhub fällt ordentlich aus. Die Druckrückmeldung ist zwar ok, könnte aber noch spürbarer sein. Trotzdem belegt das X1, dass in den Thinkpads die besten Notebook-Tastaturen sitzen. Ein neues Bedienungskonzept hat sich Lenovo für die Funktionstasten überlegt. Im X1 Carbon sitzen Sensortasten in der obersten Reihe, deren Funktionen sich je nach Anwendung ändern. So gibt es beispielsweise Tasten für Zurück, Neuladen oder Neuer Tab, sobald man den Browser startet. Man kann die Funktion aber auch manuell ändern. Den Mauszeiger steuert man mit dem Touchpad oder einem Trackpoint. Mit beidem lässt sich der Cursor sehr exakt positionieren. Die im Touchpad integrierten Maustasten geben aber zu wenig Druckfeedback. Mehr Fingergesten setzt das Touchpad flüssig und exakt um, allerdings erkennt es diese Gesten teilweise nicht auf Anhieb. Tastatur und Mauspad überzeugen also und kriegen von uns die Testnote 2,0. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Akkulaufzeit. Im X1 Carbon steckt ein 44 Wattstunden Akku mit 8 Zellen. Der ermöglicht eine Laufzeit von rund 7 Stunden im Office-Betrieb. Ordentlich aber nicht herausragend. Deswegen gibt es in dieser Kategorie nur die Testnote 2,6. Wie fällt also das Testfazit aus? Das Thinkpad X1 Carbon ist ein Luxusprodukt zu einem Luxuspreis. Vor allem investiert man bei diesem Ultrabook in die umfassende Ausstattung mit Touch-Display und LTE-Modem. Bei Tempo, Design und Verarbeitung liegt es auf hohem Niveau und bietet mit der sehr guten Tastatur, dem leisen Lüfter und der langen Garantie von 36 Monaten Kleinigkeiten, die den Arbeitsalltag versüßen und die es der günstigeren Konkurrenz voraus hat. Die Arbeitsalltag versüßen und Verarbeitung liegt es auf hohem Niveau und bietet 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 es auf hohem Niveau. Die Arbeitsalltag versüßen und Verarbeitung liegt es auf hohem Niveau und bietet es auf hohem Niveau.